Wir starten heute hier im Aquariumreich direkt mit Blättern. Das sind Maulbeerbaumblätter aus unserem Garten. Ich kann zwischendurch nachher auch mal einen Clip einsenden, äh einsenden, mit rein spielen aus dem Garten, den ich aufgenommen habe, wie wir sie geerntet haben. Und ich bin, ja, das soll ich sagen, überglücklich, denn die Tiere nehmen die Maulbeerbaumblätter tatsächlich an. Am ersten Tag direkt nicht, aber am zweiten Tag dann. Und jetzt ist der dritte Tag mittlerweile, wo die Maulbeerbaumblätter hier drin sind. Ich habe jeweils ein Blatt reingelegt. Man sieht schon, es ist einiges weg gegessen worden. Das ist eine coole Sache. Ich habe sie jetzt auch zwei Tage lang gar nicht gefüttert. Ja, Maulbeerbaumblätter. Also das funktioniert tatsächlich. Das ist so genial. Auch hier im neuen Becken das noch einfährt. Da haben die Schnecken mittlerweile auch schon sehr viel gefressen. Hier wächst tatsächlich auch noch etwas anderes. Das sind Samen, die mitgekommen sind mit den Maulbeerbaumblättern. Dort hingen Samen dran. Vorne weiß ich nicht, aber ist okay. Sieht auch ganz hübsch aus, so ein bisschen grün dabei. Ja, also ist schon faszinierend anzusehen, dass die Tiere das also tatsächlich annehmen. Da bin ich also echt begeistert von, weil dann habe ich jetzt tatsächlich einen Baum, den ich beernten kann und damit auch die Tiere füttern kann. Das ist eine richtig coole Sache. Mal eben hier unten gucken. Da waren sie vorhin auch zugegangen, aber jetzt gerade nicht. Die rennen da mal drüber. Aber die Schnecken nehmen es auch gut an, muss ich sagen. Richtig gut. Also Maulbeerbaumblätter kann ich definitiv empfehlen. Zum Fressen für die Tiere. Sogar noch eher als tatsächlich Seemantelbaumblätter. Denn wie wir sehen, diese Blätter, die werden doch innerhalb kürzester Zeit tatsächlich weggemampft. Das ist eine coole Sache. Okay, yippie yippie. Das zum Einstieg und dann geht es gleich weiter. Im Reich der Aquaristik. Hallo und herzlich willkommen. Es geht heute mal wieder um die Zwerggarnelen. Überwiegend die Caridina. Also ich muss sagen, seitdem wir die Polytase und die Biozyme verwenden, läuft es hier tatsächlich wesentlich besser mit den Tieren. Sie haben jetzt zwei Tage lang das bekommen. Einmal am Tag. Wie wir das machen, hatte ich ja gezeigt. Da gibt es diesen Messlöffel, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Und davon die ganz kleine Spitze jeweils in ein Becken. Hier unten zweimal, weil das Becken ja größer ist. Und ja, ich muss sagen, es läuft. Richtig, richtig rund. Nitrat ist nach wie vor Thema, ganz klarer Fall. Wir haben jetzt hier die Monstera Deliciosa. Die hat ja ihre Wurzeln schon so lang geschickt, dass wir hier im Becken eine Wurzel drin haben und hier im Becken eine Wurzel drin haben. Wir sehen uns das nachher nochmal genauer an. Und hier geht es halt darum, dass wir versuchen, mit der Pflanze Nitrat rauszuholen. Ob das möglich ist oder nicht, wissen wir noch nicht. Ich werde jetzt gleich vorab nochmal checken, wie das jetzt aussieht nitratmäßig, damit wir da erstmal Klarheit haben. Denn ich möchte so gleich auch füttern tatsächlich heute. Normal in dem Sinne. Also nicht mit der Polytase und mit dem Biozyme. Damit sie auch zwischendurch anderes Futter bekommen. Abwechslungsreich ist immer am besten. Ganz klarer Fall. Nicht übertreiben, aber dennoch doch ganz wichtig. Ganz wichtig hier bei dem Becken, Lava Granulat, pH-Wert. Wir haben Soil reingepackt. Das ist erinnert in diesen Nylonstrumpf, Darmstrumpf. Das lag hinten in der Ecke, lag wohlgemerkt. Denn vor zwei Tagen, vor drei Tagen, weiß ich nicht mehr genau, musste ich es rausnehmen. Da ist nämlich der pH-Wert hier plötzlich gestiegen auf 6,8, glaube ich war das ungefähr. Und ich habe 9 Zoll reingemacht. 2 x 250 Milliliter, damit ich nicht so einen dicken Klumpen da liegen habe, sondern zwei kleinere. Dann konnte ich unten schön reinlegen. Ich zeige gleich alles näher noch, wie das aussieht. Und da ist tatsächlich der pH-Wert jetzt wieder normal in dem Sinne. Wir haben jetzt, ich kann mal eben gucken Justus, wir haben jetzt pH-Wert von 6,1. Also das läuft tatsächlich wieder rund. Das Soil war ungefähr zweieinhalb Monate, drei Monate drin. Und dann war es plötzlich nicht mehr aktiv. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigt und berücksichtigen sollte, wenn man mit dem Soil den pH-Wert runterbringt. Immer abhängig von der Menge, die man drin hat, ganz klarer Fall. Aber ich muss sagen, ja, das ist schon mal gut, dass wir das mitnehmen können. Denn das ist ganz wichtig bei den Carridinern. Bei Neokarridinern spielt das keine große Rolle. Da brauchen wir auch kein Soil reinpacken. Die vertragen eh einen höheren pH-Wert. Da ist das nicht so wichtig. Aber bei den Carridinern sollte man das schon ein bisschen aufpassen. So, jetzt habe ich genug erzählt, würde ich sagen, erstmal. Und jetzt gucken wir uns ein paar Sachen an. Ja, die Sonne scheint. Die Sonne scheint heute. Wunderbar. So, ach man, das macht so viel Freude jetzt hier mit den Becken. Das ist so genial. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren mit dem Biozymen und der Polytase. Das ist also wirklich eine richtig coole Sache. Wie gesagt, ganz, ganz wenig kommt da rein. Und ja, die Tiere sind den ganzen Tag damit unterwegs zu futtern. Okay. Die Monstera deliciosa. Mit Freude zeigt sie uns ein neues Blatt, das sich entfaltet. Ich bin ja mal gespannt, wie das noch funktioniert. Inwieweit sie auch das Wasser verträgt, das wissen wir auch noch nicht. Wie die Pflanze darauf reagiert, auf das Wasser. Ja. Und meine Frau sagte schon, vielleicht brauchst du sie auch gar nicht mehr gießen. Ich gieße ja hier unten einen Topf, ganz klarer Fall. Das ist logisch. Steht jetzt auch tatsächlich ein bisschen Wasser drin. Kann die Pflanze sich tatsächlich nur aus dem Aquarium versorgen mit den beiden Wurzeln, die hier drin sind? Wäre sicherlich auch mal interessant, aber das machen wir nicht jetzt vielleicht später irgendwann mal, just for fun. Ach, guck mal, da ist er. Der Blue Bolt, den wir letztens hier reingeholt haben. Dem geht es richtig gut, muss ich sagen. Der fühlt sich pudelwohl. Ja. Schön, dass das geklappt hat, ne? Dann hat er jetzt also hier sein neues Zuhause tatsächlich. Also den Tieren geht es wirklich wunder, wunder, wunder prächtig. Das ist so genial anzusehen. Die sind immer fleißig hier in Ruhe unterwegs. So, dann, jetzt haben wir die Wurzel schon gesehen. Ja, die ist heftig gewachsen mittlerweile. Und die? No. Ola, die Waldfee. Also da geht mal richtig die Post ab. Die ist auch schon fast unten am Boden angekommen, noch nicht ganz. Ich glaube, ich mache gleich mal die Jalousie zu, dann spiegelt das nicht hier so dolle. Algen sind hier nach wie vor in dem Bereich, interessanterweise nur. Ich habe zuletzt das Mal abgemacht. Das will ich dann heute auch wieder machen. Oh, die schiebt eine Wurzel nach der anderen hier. Das ist so genial anzusehen. Ja, ich bin mal gespannt gleich, wie es aussieht mit dem Nitratwert. Also die Tiere sind überall hier unterwegs, ne? Überall. Das ist so genial anzusehen, dass sie die echt fressen, ey. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist mal schön, dass wir das also wirklich mitnehmen können. Maulbeerbaumblätter. Tolle Sache. Die anderen habe ich übrigens hier unten liegen. Die habe ich auf dem Handtuch trocknen lassen. Dann kann ich die dann jetzt für den Winter tatsächlich gebrauchen. Das ist eine tolle Sache. Und ich werde auf jeden Fall nochmal welche ernten gehen, weil, ne? Besseres Futter, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wir können sie damit füttern, ne? Das ist eine coole Sache. Ja, okay. Dann mache ich jetzt erstmal den Test hier, um zu gucken, wie das hier drin aussieht. Und ich werde auch noch andere Blätter sammeln gehen draußen. Morgen, denke ich mal. Morgen ist noch trocken, ja, auf jeden Fall. Denn es kommen schon einige Blätter runter. Ob die Eichenbuchen, Walnuss, mal gucken, was mir noch so einfällt, inwieweit die dann angenommen werden. Aber mit dem Maulbeerbaum, das ist eine richtig klasse Sache. So, bevor ich jetzt anfange, hier was zu punchen, erstmal Hände waschen. Denn heute ist auch Wasserwechsel angesagt. Allerwichtigste, immer wieder mal gesagt. Ganz wichtig. Hände waschen. Und dann ordentlich. Auch die Oberarme dementsprechend dann. Oder Unterarme. Wasserwechsel ist angesagt heute. Mit dem B-Shrimp Mineral GH+. Als allererstes messen wir hier den Mikrosiemenswert. Ja, jetzt bin ich auf die Blätter getrampelt. Der Mikrosiemenswert, der liegt hier bei 244. Das ist okay. Ich habe letztes Mal etwas mehr Osmosewasser dazugegeben, um den Wert ein bisschen runterzubringen. Das hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Wobei ich aber auch nicht weiß, was die Pflanze uns da jetzt rauszieht. Das muss ich auch demnächst kontinuierlich beobachten. So, wie gesagt, GH+, kein KH. Eins, zwei, ich habe mal gestrichen. Drei und vier erstmal. Sonst habe ich in der Regel ja, viereinhalb bis fünf dazugegeben. Dieses Mal nur vier erstmal, wohlgemerkt. Ich muss jetzt dann gleich nochmal checken, wie das aussieht. Weil ich möchte den Wert jetzt nicht unbedingt höher bringen, wenn er so bei 240, 250 liegt. Dann wäre das ganz okay. Ja, das ist schon mit dem Labakranulat eine spannende Geschichte. Aber wie gesagt, seitdem wir die beiden neuen Produkte verwenden, Biozyme, Polytase, ist es tatsächlich hier wesentlich einfacher alles. Es läuft wesentlich runder. So, Teste läuft das schon. Dann muss ich jetzt noch ein paar Minuten warten. Das muss auch noch ein bisschen stehen bleiben hier, dass sich die Mineralien dort drin lösen, die Salze. Und dann checken wir gleich mal, wie das aussieht. Also da bin ich echt gespannt drauf. Das ist ja so, wenn man da jetzt eigenes Futter hat, wohin damit, ne? Ich habe hier noch diese Schächtelchen von unseren Filtern, von den Doppelschwammfiltern. Und da packe ich jetzt die getrockneten Glätter rein. Und so kann ich mir immer mal etwas dort hinausnehmen. Aber wie gesagt, wir brauchen noch viel mehr, definitiv, ne? Ja, okay. Dann habe ich die nämlich auch gut verpackt. Die bleiben auch so jetzt stehen. Also nicht irgendwie noch in Folie eingepackt oder so. Hier im Karton ist tatsächlich die beste Variante. Natürlich gucken, dass kein Wasser drankommt, logischerweise. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Nitrat-Test. Ja, also hier passt es nicht, ne? Das ist von der Farbe her. Ich ziehe ein bisschen rüber. Das könnte ungefähr passen. Hier passt es nicht mehr. Also ungefähr hier. Und wir sind jetzt bei 30 Milligramm. Vielleicht liegt auch knapp dazwischen. Kann auch sein. Aber ich würde sagen, im Klartext, also bis dato, zieht die Wurzel wohl nicht wirklich Nitrat raus. Also das mal mitgenommen. Und auf jeden Fall ist ein Wasserwechsel heute angesagt. Ja, okay. So sieht der Wert jetzt hier im Wasser aus. Also fast identisch. Wir haben 244 im Becken. Hier haben wir 248. Also das ist okay. Dann können wir damit jetzt heute Wasserwechsel machen. Dann wollen wir jetzt Wasserwechsel machen. Nach wie vor wissen wir noch nicht, wo ist der Grenzwert vom Nitrat, was Tiere verkraften, ne? Und von daher müssen wir uns da weiter reinfuchsen. Die Tieren geht es gut jetzt soweit. Es ist also kein Tier verstorben oder dergleichen. Alles soweit okay. Das nehme ich dann heute einfach erstmal so mit. Wollen wir mal gucken, wann wir dann erfahren, wo hier wirklich der Grenzwert liegt. Du bleibst bitte da, wo du bist. Du sollst hier nicht mit in den Kanister. Ja, das ist schon, ne? Mit dem Nitrat. Vielleicht mache ich mir doch viel zu viele Sorgen. Kann auch sein. Aber so ist das nun mal, wenn man lernt, ne? Wenn man jetzt nicht den, ich sag's mal, den Mann oder die Frau an der Hand hat, die einem ganz genau sagen kann, pass mal auf, pass auf, dass der Wert den Wert nicht übersteigt. Denn ansonsten sterben deine Tiere. Da gibt es also nicht wirklich jetzt, ne? Und von daher müssen wir gucken, wie wir uns da rantasten, wo da wirklich, ja, die Grenze gegeben ist. So, das dürfte reichen. Und dann können wir gleich das neue Wasser reinlassen. Ja, so ist das, ne? Auf jeden Fall einmal die Woche Wasserwechsel nach wie vor. Da bleiben wir erstmal bei. Man sieht, ne? Die Werte steigen tatsächlich mit der Zeit und von daher ist man dann da doch auf der sicheren Seite. Okay. Dann machen wir das mal eben noch. Es kann weitergehen. Ja, das ist schon interessante Sache mit dem Nitrat. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Naja, irgendwann schon, ne? Aber bei dem Wert, den wir jetzt vielleicht gesehen haben gerade. Das Ganze hängt mit Sicherheit auch mit den ganzen bakteriellen Sachen zusammen, die im Aquarium stattfinden, ne? Und vielleicht, na, es ist so, wir müssen es einfach noch irgendwann mal erfahren, inwieweit Nitrat wirklich schädlich ist. Oder eben nur im Zusammenhang mit, ich sag's mal so, nicht gutem Wasser. So könnte man es auch sagen, ne? Wäre auch denkbar und möglich. So, wo ist er jetzt da unten? Das passt. Da kann ich hier schon mal den Haken dran machen. Und einmal hier. Und dann lassen wir das Wasser jetzt schon mal reinlaufen. Dann kann ich in der Zeit noch mal Käffchen trinken gehen. Ja, aber okay. Es läuft, ne? Von daher nehme ich den Wert heute erstmal mit. Allerdings 30, ne? 30 Milligramm pro Liter. Ist das zu viel schon? Oder? Was sagst du dazu? Wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, inwieweit was ist. Wenn ich Wasserwechsel gemacht habe, wenn ich damit so weit durch bin, messe ich nachher nochmal nach. Kann sein, dass ich das nochmal wiederhole. Nochmal 5 Liter raushole und reinbringe. Aber wie gesagt, erstmal Kaffee trinken, ne? Und dann sehen wir gleich weiter. Eins habe ich jetzt vergessen. Ich hänge das mal eben weg hier. Und zwar wollte ich sie ja füttern heute. Um mal zu gucken, wie sie jetzt drauf abfahren. Kommt überall eine Tablette hier von rein. Ich kann dir nachher auch nochmal zeigen, was ich jetzt hier fütter. Weil ich habe das abgefüllt hier in so einem Glas. Es ist dann einfach eine Handhabung tatsächlich. Die hatten schon. So, die auch noch. Dann ist da soweit okay. Bei den Kleinen hier hinten im grünen Becken, da kommt nur ein ganz kleines Stück rein. Denn die wachsen interessanterweise auch so, ohne dass die viel gefüttert werden. Also ich nehme meine Viertel-Tablette davon hier. Das hört sich auch komisch an, eine Tablette. Ich nehme meine Futter-Tablette. Machst ja nichts. So, okay. Dann können wir auch gleich ein paar schöne Aufnahmen machen von den Tieren. Wie sie sich so entwickeln. Ach, die klauen das schon wieder. Ich fange damit ab. Geht voll die Post schon ab. Aber ich gehe erst mal Kaffee trinken. Ich muss sagen, die Tiere sind ganz schön gewachsen. Man kann halt keinen Unterschied mehr sehen zu den Red Fancy Tiger und unseren Caridina Galaxy Pinto Red X Super Crystal Red. Da ist ja die F2 drin. Aber die sind schon ganz gut gewachsen, muss ich sagen. Richtig kräftig. Wie wir sehen, die haben also wirklich Hunger heute. Wie gesagt, zweite haben sie jetzt nur Biozymen und Polytase bekommen. und heute wieder was zu futtern. Und wir sehen, ja, das ist wohl doch angebracht heute zu füttern. Aber okay, wie gesagt, die haben ja auch vom Seemannblatt baumordentlich gefressen und haben ja auch Biofilm hier ordentlich drin. Von daher läuft das tatsächlich richtig rund, muss ich sagen. Auch hier in dem Becken bei den Super Crystal Red und dem Caridina Aura Blue. Ja, die haben auch gut Hunger. Aber das ist schön anzusehen. Ach, das ist so, macht so viel Freude. und die sind auch Babys drin tatsächlich wieder. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht mal irgendwo zu Gesicht bekommen. Ich schaue noch her nochmal in Ruhe, würde ich sagen. So, dann zeige ich dir mal eben das Futter, das wir verwenden. Das ist das hier. Und ich muss sagen, das Päckchen ist zwar klein, aber du brauchst nicht viel davon. Und das haben wir jetzt also schon längere Zeit. Eigentlich von Anfang an, ja, nicht ganz, das war schon recht lange. Und ich muss sagen, ja, das hält lange. Also da braucht man nicht wirklich viel von. Ich kann nochmal eben, wo ich so stehen hier, da, ne, also da ist noch ausreichend drin. Also das reicht mit Sicherheit noch bis, was haben wir jetzt, Oktober, November, Dezember, bestimmt bis Januar, Februar. Also man braucht gar nicht viel davon. Wie gesagt, abwechslungsreich füttern und dementsprechend läuft das dann schon mal runter in dem Sinne. Ja, also das ist doch richtig herrlich anzusehen. Ok, jetzt gehe ich aber doch mal langsam Kaffee trinken. Aber ich wollte das eben nochmal eben in dem Sinne abgetan haben. Ich gucke nochmal, ob ich Babys sehe gerade. Ich gucke gleich nochmal in Ruhe. Ich bin gerade mal wieder aufgeregt. Ja, das ist aber auch, wenn du die Tiere siehst, guck dir mal die schönen Farben an. Ach, guck mal, das ist einer von den Neuen. Mit den orangenen Augen. Was da genau draus wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, na, sieht das schon mal richtig klasse aus. Da sind drei oder vier davon drin hier tatsächlich. Zumindest habe ich sie letztens so gezählt. Ist ja gerade hier vorne irgendwo unterwegs. Da. Ja, okay. Man könnte da echt schon lang vorsitzen bleiben einfach. Es geht weiter. Hier mal kurz unser Waldmeisterbecken gezeigt. Wir sehen, den Tieren geht es da drin richtig gut. Das finde ich schon mal echt spannend, muss ich sagen. Obwohl man ja gar nicht davon ausgehen sollte. Aber ist okay. Belassen wir so. Da werde ich nichts dran ändern. Aber auch hier Wasserwechsel, ganz klarer Fall. So, jetzt kommt noch mal hier Krüster, Krüster, nicht Krüster, Krüster, Minere rein. Ich muss gucken, wie ich die Einstellung gerade mache hier. Ich glaube, so sollte das einigermaßen funktionieren. Dazu nehme ich jetzt mit der Spritze einfach ein bisschen Wasser raus aus dem Aquarium. Mach das hier rein. Und dann kommt ein bisschen von dem Pulverchen hier rein. Nicht viel. Und das mache ich in der Regel jetzt auch nur noch beim Wasserwechsel zwischendurch. Hier, ich würde sagen, bei der großen Menge am Wasser nehmen wir ruhig so einen gestrichenen Löffel voll. Machen wir noch sofort wieder zu, damit das keine Feuchtigkeit zieht. Das ist ganz wichtig. So, dann rühren wir das ein bisschen um hier. Dann verteilt sich das gleich besser im Aquarium, als wenn man das einfach so reinschmeißt. Dann lasst du die Klumpen dann rumliegen. Und so kann man das ein bisschen auflösen. Und dann wieder aufsaugen mit der Spritze. Und dann kommt das hier rein. Und dann ist okay. So, damit ist das Becken jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ausreichend versorgt. Hier kommen wir jetzt auf einen Wert von 180. Das ist okay soweit, denn wir wollen den Wert ja runterbringen. Und von daher können wir das Wasser dann jetzt hier in das Aquarium einfüllen. Hier braucht die Skala gar nicht abzulesen. Die Farbe ist tatsächlich identisch. Ich habe sie abgelesen logischerweise. Aber auch hier genau das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied interessanterweise. Obwohl wir hier bei den Becken wesentlich mehr Wasserwechsel machen, als bei den großen. Denn auch hier kommen 5 Liter raus und 5 Liter rein. Ja, wir wollen mal gucken, wohin uns das noch irgendwann zu Erkenntnissen führt. Auf jeden Fall das Allerwichtigste, dass die Becken natürlich glasklar sind. Dann läuft das sowieso schon mal. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es auch insgesamt um die Sauberkeit des Wassers geht. Nicht unbedingt um den Nitratwert. Auch ganz klar. Aber in erster Linie darum, dass das Wasser also wirklich sauber ist. Dass da keine Fockenreinigungen drin sind. Bedingt durch Schadstoffe, die entstehen können. Ja, okay. Also das nehmen wir erst so mit. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ich kann nur immer wieder mal nachmessen und gucken, was drin ist. Und gegebenenfalls dann halt Wasserwechsel machen. Nicht gegebenenfalls, sondern generell einmal die Woche. Ja, okay. Yippie yippie. Ich würde sagen, ich mache noch mal eine kleine Pause und räume erst mal auf. Wir kommen noch mal kurz. So kommt das an zu dem Nachfüllautomaten. Da wurde jetzt noch mal gefragt, wie das halt so checkt, wie das funktioniert. So, ich zeige euch mal, wie das ankommt. Das ist einmal hier das Teil. Da sind so Schraubverschlüsse dran hier. Da kann man den dünnen Schlauch für nehmen. Kann ich aber leider nicht empfehlen. Ist so. Bei uns funktioniert das ja nicht. So, dann haben wir mal den Karton und das wunderschöne Teil hier. Ich zeige es gleich im Detail noch mal auf der anderen Seite. Ganz wichtig hier ist erwähnt, hier sind so Plexiglassschrauben dran. Nicht festballern, ganz leicht anziehen, reicht vollkommen. Du musst auch nicht über das Eck einhängen, so wie das jetzt hier scheinbar sein muss. Muss gar nicht. Ich zeige es gleich. Aber was wichtig ist bei der ganzen Geschichte, ich mache es mal eben ab hier. Die Löcher sind einfach zu klein. Die sind einfach zu klein. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe hier einen Bohrer und zwar ist das der 4 Millimeter. Ein 4 Millimeter Bohrer. Damit bohre ich die Löcher auf. Das mache ich jetzt mit dir mal gemeinsam hier. Brauchen wir keine Nahaufnahme machen. So, ich halte den dran. Bitte auf eigene Gefahr. Muss das nicht so machen wie ist. Kannst du irgendwo einspannen und dann bohren oder wie auch immer. Aber für mich ist das so einfach. So. Fangen wir einfach mal an zu bohren. Die Finger hier nach Möglichkeit nicht dahinter halten und wenn es irgend geht, gerade bohren. Die Löcher sind tatsächlich zu klein. Das muss ich gerade mal gucken. Nicht, dass ich hier schief komme. Wunderbar. So, und jetzt geht dieser Pinöppel hier ne, der geht dann mit ab hier. Zack. So, das machen wir auf der anderen Seite auch. Muss ich jetzt aber nicht nochmal zeigen. Dann haben wir das Ganze nämlich, ähm, wo habe ich denn den Schlauch? Ach, das ist der hier. Bleib mal auf. Ähm, ähm, I'm so sorry. Ich schneide den jetzt aber nicht ab. Ich zeige es nur demonstrativ. Der dickere Schlauch, der nehme ich jetzt zum Absaugen. Ich muss den anderen nachher dafür holen. Der wird einfach hier drauf gesteckt. So. Und auf passender Länge abgeschnitten. So, wie du es haben willst. Und das bei beiden Seiten halt dementsprechend. Und dann funktioniert das Gerät richtig genial. So, das kurz dazu. Und dann zeige ich dir jetzt mal, wie das aussieht, wie ich die da oben, ja, nicht installiert, dran gesteckt habe. Kommen wir nochmal zu der, ja, Nachfüllautomatik. Also so sieht das Tal aus. Das kannst du einfach hier reinhängen. Und dann die Schrauben ganz leicht anziehen. Aber wirklich nur ganz leicht. Das muss nicht bombenfest sein. Ganz leicht. Ich mache es jetzt nicht mehr hier, denn ich wollte es nochmal anders zeigen. Dann mache es nochmal ab hier. Und zwar kannst du das auch so machen. So reinhängen und festmachen. Kannst du dann positionieren, wo du willst. Spiel gar keine Rolle. Kannst du auch mittig machen von mir aus. Da, wo eben auch Platz gegeben ist. Ganz leicht die Schrauben anziehen. Und das reicht vollkommen aus. Also mehr braucht man da gar nicht machen. So, und dann. Jetzt habe ich bei dem Aquarium hier in der Regel halbe Liter Flaschen. Ich habe aber gerade gesehen, hier kann tatsächlich auch eine Liter Flasche, ich habe jetzt von unten mal eine, von dem Aquarium. Die würde hier tatsächlich auch drauf passen. Muss ich mal gucken, wenn ich jetzt noch ein paar Flaschen besorge. Dann kommen da auch Liter Flaschen drauf. Hier allerdings nicht, weil das Becken höher ist. Da passt das nicht. So, wir nehmen uns jetzt eine saubere Flasche und hier kommt rein was? Wasser. Ganz klarer Fall. Aber welches Wasser? Reines Wasser. Bei uns Osmosewasser tatsächlich. Damit wir das Wasser, was verdunstet, nachliefern. und ohne Mineralstoffe, ohne Salze, denn ansonsten würde die Konzentration im Laufe der Zeit immer höher steigen, höher steigen und höher steigen und das wollen wir nicht. Und von daher wird nur reines Wasser nachgefüllt, was auch verdunstet tatsächlich. Jetzt ist es aber so, da bin ich mal gespannt drauf, und zwar bei dem Aquarium hier zieht die Pflanze ja mit der Wurzel was raus und das gar nicht wenig. Also ich muss hier wirklich jeden Tag den halben Liter nachsetzen, tatsächlich. Also das ist schon doch beachtlich, aber okay, das ist noch ein Lernfaktor. Mal gucken, wie das dann tatsächlich später gegeben ist. So, dann ist der jetzt da drauf und dann kann das Ganze nachlaufen, bis das am Rand angekommen ist von dem Schlauch hier und dann hört das auf zu laufen und wenn der Wasserstand wieder sinkt, dann läuft tatsächlich wieder etwas nach. Ja, ist schon eine coole Sache, dass man sich dann so behelfen kann, um die Parameter stabil zu behalten. Das ist schon ganz wichtig. Okay. Damit haben wir heute diese beiden Becken fertig. Die anderen mache ich dann morgen in Ruhe alleine. Und immer ganz wichtig, Datum aufschreiben, wann wir das gemacht haben. So, jetzt kommt hier noch kurz Krustermineral mit rein. Allerdings nur die halbe Menge, also ein halber Löffel im Prinzip, weil wir halt hier weniger Wasser haben. So, das kommt jetzt schon mal rein hier und damit ist das abgeschlossen. Gedüngt wird nicht momentan, schon längere Zeit nicht. Ich beobachte die Pflanzen. Sollte das sein, dass wir düngen müssen, dann werde ich euch das auch mal wieder zeigen, aber ansonsten halte ich mich da jetzt tatsächlich auch zurück, weil die Pflanzen wachsen auch gemächlich hier und von daher ist das überhaupt kein Problem. So, hier haben wir jetzt eine P-Arbeit von 6 bei dem Becken. Das ist also geblieben, da hat sich nichts verändert, denn ich möchte mal gucken, ob ich dieses Aquamonton noch mal mit dazu packe oder wann ich das mache dementsprechend. Deswegen messe ich das vorher erst mal nach. Hier brauche ich allerdings nicht messen, weil die Werte jetzt verfälscht sind, dadurch, dass frisches Wasser dazu gekommen ist. Das kann ich erst morgen testen, dann in dem Sinne. Dann gucke ich, wie der P-Arbeit sich verändert hat zu den anderen Tagen dementsprechend. Und es sollte ja so sein, dass ich was dazu führen kann von dem Aquamonton. Dann kommt da auch wieder etwas dazu. So, das lasse ich mal eben einpendeln. Ich kann ja zwischendurch auch noch ein paar Bilder tatsächlich laufen lassen hier. Aufnahmen von heute. Jetzt haben wir gleich 6 Uhr schon. Holla, die Waldfee. Wo ich den Karton da gelassen hatte. So, ja, das ist momentan so das einzigste in dem Sinne, was wir dazugeben. Ne, Krusta Mineral und halt GH Plus, ganz klarer Fall. Und halt Biozyme und Polytase. Und ich kann es Ihnen nur nach wie vor sagen, seitdem läuft hier alles wesentlich besser. Die Becken sind glasklar, was nicht unbedingt gewollt ist, aber es ist so. Den Tieren geht es richtig gut. Es ist lange Zeit nicht ein einziges Tier verstorben. Selbst hier bei uns in einem grünlastigen Becken. Ach so, übrigens grünlastiges Becken. Wo habe ich jetzt, habe ich den da oben schon hingestellt? War das der? Nee, der war das. Genau. Der war das hier mit dem Krusta Mineral. Den muss ich dann aber sauber machen. Ich ziehe aus dem grünen, aus unserem Waldmeisterbecken immer zwischendurch mal was raus. Was heißt zwischendurch? Einmal am Tag im Prinzip. Also hier ungefähr 10 Milliliter. Warum ich das mache, weiß ich nach wie vor nicht. Ich mache es einfach, weil bisher, ja, was soll ich sagen? Es ist nichts passiert in dem Sinne. Nee, aber es ist schon, ja, ich gehe davon aus, dass diese Algen auch gefressen werden. Also zumindestens, es schadet nicht. Es ist definitiv so. Deswegen mache ich das einfach. Am liebsten möchte ich das Becken ja erhalten in grün, in dem Sinne tatsächlich, weil da gibt es noch so viele Sachen, die man vielleicht noch mal, ja, wie soll man es sagen, herausfinden kann, wie auch immer. Das brauchst du oben gar nicht hinstellen, muss ich mir gleich sauber machen. Das ist nämlich schon interessant. Ich meine, wie lange das Becken schon läuft, so grün, ne? Das ist schon der Hammer. Das ist total irre. Hab ich noch nirgendwo bei niemanden gesehen. Oder es hat mir niemand gezeigt, oder uns niemand gezeigt bisher, dass Becken grün tatsächlich auch für Tiere gut sind, für die Garnelen. Denen geht es da drin richtig gut. Die haben überhaupt keine Probleme. Sind den ganzen Tag unterwegs und von daher ist das soweit okay. So, was haben wir jetzt hier per H-Wert bei unserem Becken? 5,45. Mal gucken, das ist 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 5, ja. 5,35 hatten wir letztes Mal. Wir haben jetzt 5,43. Ja, vielleicht geht er noch ein kleines bisschen runter. Ist jetzt aber auch tagesabhängig, weil im Laufe des Tages steigt der Wert auf 5,5 in der Regel dann. Liegt so bei 5,4, 5,5. Also hier hat sich in dem Sinne gar nichts verändert. Das ist so geblieben tatsächlich. Also von daher könnten wir ein ganz kleines bisschen Aquamonton dazugeben. Aber wie gesagt, das mache ich dann einen anderen Tag. Nicht alles auf einmal hier. So, ja. Und wie lange das Soil uns noch hier erhalten bleibt, müssen wir mal gucken. Das werden wir auch weiter beobachten. Auf jeden Fall habe ich hier bei dem Lava-Grandulatbecken schon mal mitgenommen, dass der Soil irgendwann nicht mehr in der Lage ist, den pH-Wert zu senken. Und dann steigt er halt wieder langsam hoch. Und dann muss man das Soil wechseln. Aber nach wie vor, der Vorteil ist, wir haben hier Steinbodengrund, wir haben hier Steinaufbau, viel Bio-Oberfläche. Wir brauchen hier nichts zu wechseln drin, außer die Nylonstrumpfsäcke in dem Sinne dann zwischendurch. Und damit hat sich die Kiste. Du brauchst also nicht hier alles rumwühlen und raus und 9 Zollen wieder rein und ganze Biologie im Eimer. Muss nicht sein. Von daher ist das also eine wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sache. So, meine Lieben, ich glaube, wir haben heute noch einiges wieder mitgenommen. So, ich weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald, ich aus dem Bereich der Aquaristik. Ja, ist schon eine tolle Sache. Ähm, nee, erzählen wir nicht. Kommen wir später mal zu. Ja, irgendwann, irgendwann sage ich euch das dann. Ist so, ne? Ja, ist also wirklich spannend, was wir hier im Laufe der Zeit erleben dürften und noch werden. Also man sieht, in den Pflanzen geht es auch gut. Auch die Alternatärer Rhein-Necki-Mini hier hinten. Also auch die sieht gut aus. Da gibt es nichts zu meckern, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt die auf Automatik. Machen wir auf Automatik. Vielleicht gibt es ein kleines bisschen heller. Ja, okay. Und hier zu dem Becken kommen wir dann demnächst auch noch, wenn hier Tiere einziehen werden. Aber da muss ich auch noch alle Parameter checken zwischendurch. Das ist halt so. Und das sollte man tatsächlich machen. Aber die Schnecken, die drin sind, denen geht es gut. Von daher, die fressen auch tatsächlich das Maulbeerbaumblatt. Also das ist schon eine tolle Sache, dass wir jetzt ein Futter gefunden haben, das wir dann auch, ja, urlaubsmäßig verwenden können, rein theoretisch. Wobei ich dann auch gucken muss, wie lange die im Wasser haltbar sind, ohne zu vergammeln in dem Sinne. Das heißt, ich werde mal ein paar Blätter nur ins Wasser, also nicht zu dem Becken, sondern in reines Wasser irgendwo reinschmeißen, ohne dass die Tiere drankommen, mal zu gucken, wie die Blätter sich so im Wasser verhalten. Ich denke, das wäre auch interessant zu erfahren, auf jeden Fall. So, okay. Dann mache ich mich ja schnell noch eins bearbeiten, dass wir den Film morgen noch fertig kriegen. Oder für morgen, in dem Sinne. Okay. Jebjebjeb. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder. die Verlosung wollte ich eigentlich heute gemacht haben, aber ist leider noch nicht da, also müssen wir leider ein kleines bisschen warten. können. Und dann können. Untertitelung des ZDF, 2020